Und damit Moinzen zu einer Meldung, die jetzt nicht wirklich überrascht, ist mir klar, aber die ich trotzdem so dermaßen geil finde, dass sich hier ein eigenes kurzes VfB aktuell quasi verdient. Denn das Ding hingegen Dortmund ist ausverkauft. Von unserer Seite auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, ich weiß es nur nicht sicher, deswegen sage ich mal nur von uns aus, aber ich gehe mal fest davon aus, dass beim BVB auch der gesamte Auswärtsblock vergriffen werden wird. Das weiß ich aber wie gesagt nicht. Habe auch keine Mitgliedsdaten mehr im BVB, um das reinzugucken. Ob du noch Karten kaufen kannst, ob du die schon alle weg sind, habe ich keine Ahnung. Vielleicht kannst du irgendwann in die Kommentare schreiben, der Ahnung hat davon. Aber unsere Karten gegen den BVB sind alle komplett weg für unser Spiel. Jetzt hier am Freitagabend am 8. April um 20.30 Uhr, Flutlichtspiel zum Beginn des Spieltags. Gekauft wurden diese Karten per Minidauerkarte erst mal. Der erste Verkauf auch mittlerweile beendet. Da kann man wie gesagt Minidauerkarten kaufen. Das ging auch in den freien Verkauf. Ganz im Gegensatz zu den Dortmund-Karten an sich halt. Minidauerkarte hat natürlich Dortmund, Wolfsburg und Köln mit drin. Die gegen Dortmund begann am 30.03. der Vorverkauf für Dauerkarteninhaber und für Mitglieder. Ja, und einen freien Verkauf gab es auch nicht. Und gibt es auch nicht. Weil so dermaßen viel Karten schon verkauft wurden. Natürlich, wie gesagt, auch schon ein großer Teil durch Minidauerkarten. Da wissen wir keine genaue Zahl. Aber zumindest die Katscherkurve ist da wirklich schon sehr gut vergriffen mit den Minidauerkarten. Aber am 31. März, um halb drei mittags grob, hat der VfB getweetet, für das Heimstück gegen BVB stehen nur noch wenige Plätze zur Verfügung. Daher wird es keinen freien Verkauf geben. Die wenigen verbleibenden Tickets gehen an unsere Mitglieder und Dauerkartenbesitzer. Lassen uns die dunkelrote Arena voll machen. Das haben wir jetzt offiziell geschafft. Bis eben war, glaube ich, hier noch 22B, müsste es gewesen sein. In dem Block gab es noch ein paar Karten. Die sind auch gefühlt in der 5 Minuten weggegangen. Ich habe immer wieder refreshed hier das Fenster mit dem VfB-Stadionplan vor mir. Jetzt seht ihr schön, alles in schwarz. Das ist alles komplett restlos ausverkauft von unserer Seite aus. Und da stellt sich mir die Frage, wann hatten wir das letzte Mal denn wirklich ein auch offiziell komplett ausverkauftes Ding? Weil ich gehe davon aus, dass der BVB seinen Block voll macht und wir wirklich hier an die 60.000 gehen, vielleicht 59.000 irgendwas gehen. Haben wir ein bisschen die Zuschauerzahlen mir quasi anrecherchiert. Also gegen Augsburg war ja auch schon heftig. Wie gesagt, Comeback von vollem Stadion quasi. Also von uns aus auf jeden Fall voll. Augsburg-Block von Augsburg war halt nicht 100% voll 55.785. In der Saison 19-20, also zweitiger Saison, war das höchste gegen KSC 57.483. Gegen Nürnberg 2018-2019 war es das höchste tatsächlich. Da waren es 58.757. Beim letzten Spiel gegen BVB war ja auch das in der ersten Liga 18-19. Vor Zuschauern zu Hause 0-4. Das war, glaube ich, der Amtsantritt quasi von Markus Weinzer. Da waren es 58.549 Zuschauer. 17, 18 davor waren es noch ein paar mehr sogar. 58.932. Das war auch der gleiche Wert gegen Bremen. Also damit war es vermutlich ausverkauft, wenn beide mal genau der gleiche Wert hier genannt wird. Aber komplett, laut dem Kicker, komplett ausverkauft gemeldet. Also mit 60.000 war zuletzt in der zweitiger Saison 2016-2017 der Fall. Das war einmal gegen Pauli beim Eröffnungsspiel. 60.000 listeter Kicker. Und auch beim allerlisten Spieltag gegen Würzburg, wenn wir den Aufstieg gefeiert haben. Da waren es auch 60.000. Ich bin mal gespannt, was am Freitag dann quasi oben über die Leinwand flimmern wird. Was Metabo uns quasi hier als Sponsor, als Zuschauerzahl vermelden darf. Ich habe extrem, extrem Bock auf das Spiel. Ich hoffe, ich konnte dadurch mit dem Video vielleicht auch noch ein bisschen euren Bock aufs Spiel erhöhen, wenn ihr natürlich Karten habt. Also die Leerausgaben sind natürlich umso schade, weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Dazu gibt es noch andere Videos, die Vorberichte und so weiter. Aber ich glaube schon, dass da was drin ist am Freitagabend. Und wenn wir schon mal ausverkauft sind, da bin ich auch dabei. Bei Auswärts in Mainz habe ich auch die Karten. Und auch der Gästebereich ist ausverkauft. Genau wie es auch schon beim Spiel in Bielefeld am vergangenen Wochenende war. Also der VfB zieht seine Fans wieder komplett an. Das ist richtig geil. Natürlich auch die Ultra sind zurück. Das ist auch ein großer, wichtiger Teil, warum das Stadion jetzt ausverkauft ist. Das wird eine geile, geile Stimmung. Auch der BVB wird wahnsinnig natürlich mit ihren Fans am Start sein. Gerade im Vergleich zu Augsburg werden das Welten vom Auswärtssupport her. Auch von einer Menge natürlich erstmal Auswärtsfans, die mitkommen. Das wird eine sehr, sehr geile Nummer am Freitagabend in der Bundesliga. Ich habe Bock. Damit bin ich raus für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier natürlich auch bei dem Video vor allem fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020